Der Lover, deiner Mutter, du bist einer von den jammelichen Schwächlingen, die nach Hyperheapen zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in den Videos zu zappen, legaler Penasophinen im Hosengestall. Wicke deine Wannabe-Rap-Analytik, Motherfucker, du weißt gerne Double-Time-Alabas, aber generell im Anumil in deinen Zeilen kommen. Ich zeige dir, wie man die Sippen in den Beats, so wie man Schienenpistolen knallt. Der Lover, deiner Mutter, du bist einer von jammelichen Schwächlingen, die nach Hyperheapen zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in den Videos zu zappeliger Penasophinen im Hosengestall. Ficke deine Wannabe-Rap-Analytik, Motherfucker, du weißt gerne Double-Time, aber labas, aber generell im Anumil in deinen Zeilen kommen. Ich zeige dir, wie man die Sippen in den Beats, so wie Maschinenpistolen knallt. Der Lover, deiner Mutter, du bist einer von jammelichen Schwächlingen, die nach Hyperheapen zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in den Videos zu zappeliger Penasophinen im Hosengestall. PC ist ungefähr von 1774, hätte ich jetzt mal so geschätzt. Der ist so langsam, Alter. Auf jeden Fall die Spuren reingezogen. Jetzt kommt es. Und zwar, weil ich schon Erkenntnisse hatte, wie man Audiospuren bearbeitet, konnte ich da richtig easy die ganzen Spuren so hinschieben, zusammenschneiden, zurecht cutten. Das war richtig gut. Der Typ, dem hat... Jetzt das Ganze so mit dem Spitzpaket, ich werde das Paket ohne Schere oder sonstige Hilfsmittel einfach auseinanderreißen. Und wie gesagt, guck mal nochmal, was da drin ist. Und ja, natürlich müssen wir anfangen, das Ganze hier zu öffnen. Wahrscheinlich steht auch irgendwo meine Adresse hier drauf, ne? Können Sie schön bei mir vorbeikommen? Wehe. So, Leute, dann packen wir uns das Ganze mal aus. Auf Platz 1 und damit um 10.000 Euro reicher ist Spongeboss mit Killer. Auf Platz 1 und damit um 10.000 Euro reicher ist Spongeboss mit Killer. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch und ja, ich brauchte wirklich lange, um das alles zusammen zu schneiden. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.